Da könnt ihr dann sozusagen Munition sparen und das ist auch sehr nice Oh je, oh 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 Da kommen, da sind viele Gegner, da sind viele Gegner, seh ich schon Oh man Bitte nicht Boah, da hat mich Eis halt mit einem Stich erledigt What the fuck Da war noch einer Boah, die sterben gar nicht So, jetzt ist er tot Jetzt ist er down Speichern wir nochmal ab hier So So, okay So Boah, mein Hals, ey, geht's ja wohl, ne Oh, oh Das kam nicht gerade erwartet Nein Nicht vor dem Stehen, ey Sie explodieren nämlich danach Das hab ich ja glatt vergessen Der Speichert haben wir schon bereits, ne Speichern wir nochmal ab hier Speichern wir nochmal ab Ah, Wärme Aber das zieht uns nur Leben ab, ey Das ist richtig krass Wir sind da Freunde, wir sind gleich da Strictland, hier ist Nomad Ich habe ihre Marines gefunden Irgendwelche Überlebende? Negativ, Sir Keine Überlebenden Das war das zweite Platoon, das ich an dem Berg verliere Okay, wir müssen sie da rausholen Warnen Sie sich einen Weg zum Rand der Sphäre Ich lasse sie dann dort anholen Was sind Ich halt die den Rückenteilungen Schicken wir diese hässlichen Bastarde zur Hölle Sind Sie dabei, Junge? Profit! Boah, ich dachte schon. Ja, wir haben hier sogar eine Skava verliegen. Das wechseln wir mal mit der Schrotflinte. Ich spürte Granaten. Alter, mir ist gleich kalt. Ich friere hier meinen Arsch ab. Verdammt. What's going on? Ich muss mich aufwärmen, glaube ich. Durchhalten, Junge! Das ruckelt ja, ey. Es ruckelt die ganze Zeit am Spielen, ey. Ich, ich, ich glaube, weil... Mann, ich kann mich selber gar nicht hören. Verdammt! Profit, kannst du mir mal deine Waffe geben? Verdammte Hacke! Moment, da ist am besten... Das ist, äh, ich stumm, wie sie besser angebracht. Profit! Profit ist back, meine lieben Freunde. Der Profit also... Er hat überlebt. Nomad! Geh hier rüber! Ich bin hier. Mein Anzug hat eine Fehlfunktion. Die Innentemperatur sinkt. Wenn ich hier nicht schnell verschwinde, erfriere ich. Ich habe hier eine Ihrer Waffen. Nehmen Sie sie. Wie haben Sie es zum Laufen gekriegt? Das erkläre ich Ihnen später. Wir müssen uns sammeln und weitermachen. Erst wenn wir sie zusammengefleckt haben. Ich gehe in Deckung. Mein Anzug hält nicht mehr lange durch. Halten Sie durch, Profit. Ich bringe uns hier raus. Ich erfriere. Brauche eine Wärmequelle. Ja, dann komm mit, Profit. Was ist denn los? Scheiße. Hä? Boah, das war so klar, ey. Das die mich wegkicken. Das sehe ich, Profit. Also, mit der Waffe bin ich besser dran. Halt deinen Mund. Was dauert auch zu lange? Man wartet an der Evakuierungsstation auf Sie. Was ist das denn für eine Waffe? Nomad, mein Anzug verliert zu viel Energie. Dann kommen Sie, Profit. Wir müssen uns beeilen. Komm, Profit. Du bist... Oh, fuck. Du bist gleich down. Wir müssen eine Wärmequelle finden. Da. Fahr rüber. Mein Anzug verliert zu viel Energie. Geben Sie mir Deckung. Ich muss regeln. Oh, Profit fühlt sich geschmeichelt, ey. Oh mein Gott. Nomad. Ich fühle mich wieder warm. Ich fühle mich heiß. Hahaha. Profit, bitte hau nicht ab. Oh, der haut von da ab, ey. Ich kann es nicht glauben, ey. Verdammt. Wir müssen hier irgendwo eine Munition finden wieder. Irgendwo. Irgendwie. Irgendwas. Ihr wisst Bescheid. Munition. Brauche ich unbedingt. Ich brauche unbedingt Munition. Hier, hier, hier. Komm hierhin, Profit. Hier ist gut. Geben Sie mir Deckung. Oh, diesmal sind die großen Aliens dran. Loll. What the fuck? Was war das denn für ein Ruggler, ey? Epic Ruggler. Keine Muni mehr, keine Muni mehr. Kommt noch einer. Ich finde es doch irgendwie geil, dass die Waffe keine Munition verliert. Scheiße. Mann. Jetzt nicht schon wieder, alter. Leck mich fett, ey. Ich glaube, es hat es bald hier. Es hat es bald. Irgendwo Munition, ey. Ist hier nur irgendwo Munition, ey. Mann, ey. Fuck it. Guck mal. Nirgendwo Munition. Mein Handzug verliert Energie. Geben Sie mir Deckung. Geben Sie mir Deckung. Profit, du musst da lang. Profit, du musst da lang. Du bist falsch. Komm hierhin. Komm hierhin. Profit, bitte. Danke. Oh, mein Gott. Die schießen und schießen. Boah. Die müssen nicht mal nachladen, aber ich schon, ne? Okay. 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 Okay, der ist tot. So, der nächste kann kommen. Wir speichern direkt ab. Der ist auch tot. Sehr schön. 100% Energie, 100% Leben. Jetzt können wir in die nächste Runde starten. Kommt her. Boah, weißt du, was ich hasse, ne? Dass die Aliens immer von A nach B irgendwie seine Position wechseln. Ich guck, das sind seine Strategien, glaub ich. Aber der ist auch tot. Speichern wir ab. Direkt. Oh, oh, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Mann. Meine Waffe ist manchmal auch ange... Äh, erhitzt. Ich glaube aber auch, es liegt daran, dass unsere Waffe keine Munitionskapazität hat. Ich glaube, das war es jetzt, oder? Das speichern wir mal direkt ab, damit wir das Ganze nicht nochmal machen müssen. Boah, das, ey, ich... Boah, was haben wir hier? Nein, du sollst... Maximale Panzer. Hier den M-Deck-Munition. Boah, hier haben wir ohne Ende Munition Raketenwerfer. Sehr schön. Wir haben hier zwar ohne Ende Raketenwerfer. Ich glaub, äh... Ich schätze, mit der Waffe können wir wahrscheinlich, soweit es geht, äh, vorankommen. Denn wir haben ja hier keine, äh... Wie soll ich sagen? Keine Munitionskapazität oder so. Wir können ja natürlich die SCAR mit der... Also die SCAR gegen die FY-71 eintauschen, genau. Denn ich hab ja dann wenigstens Munition für die FY-71 jedenfalls, ne? Ich verliere Energie. Brauche Deckung. Ach ja, stimmt, 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 stimmt. So, du bist... Prophet, komm mal hier hin. So. Du musst dich wieder aufwärmen. So.